So, hier möchte ich über Teile des elektromagnetischen Spektrums sprechen. Warum dieser krumme Titel? Ich meine eigentlich den Bereich bis ein paar hundert Gigahertz, über den ich hier reden möchte. Ich meine nicht das komplette elektromagnetische Spektrum, wie es hier drunter steht, über das ich aber doch ein paar Worte noch verlieren möchte. Wir sind hier unten bei Gleichstrom, Gleichspannung. Kann man gleich DC dazu schreiben. Und dann gehen wir ja hier im Spektrum in der Frequenz etwas hoch. Hier ändert sich ja die Frequenz F, das steht auch unten drunter. Und im unteren Bereich sind wir sogar dem, was wir eigentlich schon behandelt haben, was man mit statischen oder quasi statischen Methoden untersuchen kann, nämlich Wechselfeldern oder Gleichfeldern, wie wir sie aus dem Haushalt kennen, wie wir sie von den Hochspannungsübertragungsleitungen kennen und so weiter. So, wir gehen im Spektrum etwas hoch und kommen in den Bereich der Kilohertz oder Megahertz. Ich werde gleich zu gewissen Diensten noch was sagen, aber gehe jetzt erst einmal schnell drüber. Grundsätzlich haben wir natürlich die Berechnung der Wellenlänge, was man wahrscheinlich bzw. hoffentlich aus dem Schulunterricht kennt, nämlich das ist die Lichtgeschwindigkeit durch die Frequenz. Und dieses C hier, das sind ja die 299.792.458 Meter pro Sekunde Speed of Light oder Lichtgeschwindigkeit. So, also kann man sofort ausrechnen, bei beispielsweise einem Megahertz, da sind wir nämlich hier, haben wir da eine Wellenlänge von 300 Metern. Das wäre in etwa hier, also ich habe jetzt nur die 2 hier markiert, das ist irgendwie nicht so ganz richtig. Dann schreiben wir hier mal gleich 300 Meter hin, 1 zu 1 da durchgehend. So, da sind wir so im Bereich der Kurzwelle, wie das so schön heißt. Dann gehen wir in der Frequenz höher, 10 Megahertz, was weiß ich, 10, 100 Megahertz und so weiter, kommen im Gigahertz Bereich und dann sind wir irgendwann bei den sogenannten Terahertz und wir betrachten den Bereich ganz klar hier drunter. Spezifiziert nach der Bundesnetzagentur sind wir heute bis 300 Gigahertz gereguliert unterwegs und in dem Bereich werden wir auch weiterbleiben. So, dann drüber haben wir letztlich auch als elektromagnetische Welle, aber doch etwas anders betrachtet, weil die Reaktionen andere sind, die Geräte völlig andere sind im Infrarotbereich, dann natürlich das sichtbare Spektrum, wo unsere Augen ganz wunderbare Rezeptoren für sind, dann den Bereich des UV-Ultravioletten bis hin zur oben kosmischen Strahlung, beziehungsweise dazwischen der Röntgenstrahlung, über die werden wir nicht sprechen, wir bleiben da unten. So, ich möchte ein bisschen was zu Diensten sagen, die da unten, die da in dem Frequenzbereich unterwegs sind und auch was zu den Frequenzbereichen sagen. Fangen wir mal ganz unten an, da haben wir bei 77 Kilohertz zum Beispiel den Zeitzeichensender, DCF 77 und das sind die Funkuhren. Wer möchte, kann da gerne mal googeln, wie die Antenne dafür aussieht. Das ist ein riesengroßes, mehrere hundert Meter großes, vertikales Gestell, das in der Nähe von Frankfurt als Sender Mainflingen auf einem freien Feld steht. Die Empfängerantennen, auf die wir auch zu sprechen kommen, dagegen sind allerdings, können sehr klein ausgeführt werden, sind dementsprechend auch etwas uneffektiv und können in Uhren sogar Armbartuhren versteckt werden. So, dann kommt eine große Lücke, wo sicherlich auch noch was passiert. Na ja, nehmen wir mal doch den einen hier noch bei 125 Kilohertz. Da haben wir die ersten RFID-Chips, Radio Frequency Identification. Hier insbesondere für die, na das ist irgendwie Tiererkennung, Erkennung ist falsch, Tierbenennung. Also das sind Chips, die Kühe in den Ohren tragen, beziehungsweise unter die Haut oder in den Pansen gespritzt kriegen, beziehungsweise auch bei Laufveranstaltungen wird diese Technik eingesetzt, um Läufer zu identifizieren und Zeiten zu messen. So, der Vorteil hier auch wieder Energieübertragung bei relativ langen Wellen, aber auch eine relativ, aufgrund der schlechten Anfangsantenne und auch hier eigentlich Senderantenne, die müsste auch wieder mehrere hundert Meter groß sein, eine sehr, sehr geringe Reichweite, eher eine Trafo-Wirkung in Anführungsstrichen. So, etwas höher gehend bei 13,56 MHz. Ich habe jetzt einen großen Bereich ausgelassen, in dem natürlich noch Kurzwellenradio stattfindet, auch vielleicht noch Reste von Mittelwellen, Langwellenradio stattfinden, Seefunkdienste und so stattfinden als Spezialbetrachtung. Aber auf die müssen wir uns nicht unbedingt konzentrieren. Aber auch hier wieder RFID. Jeder hat wahrscheinlich von seiner Hochschule, seinem Arbeitgeber, so eine Chipkarte in der Tasche, mit der man Bücher ausleihen kann, Essen bezahlen kann, in irgendwelche Räume reinkommt oder eben nicht. Das sind genau solche Dinge, die bei 13,56 MHz funktionieren. Auf der Chipkarte ist eine kleine Spule untergebracht und die funktioniert im Prinzip wie ein Trafo. Wenn man die an einem Lesegerät hält, wird mit Energie versorgt und kann dann sowohl mit der Energie, also mit dem Mikroprozessor anschmeißen, als auch dann eben auf entsprechende Anfragen antworten und die Anlage entscheidet, ob man das Buch jetzt ausleihen darf oder nicht oder verbucht eben die entsprechenden Daten. So, wieder mit einer großen Lücke bei ca. 100 MHz, also genauer 87,6 bis 107,6 MHz. Ich schreibe da mal drunter, 3 Meter Wellenlänge circa, sind wir hier bei sogenannten UKW-Radio. Das erwähne ich noch, weil es ja das Standard-Autoradio heute noch ist, das man wir verwenden. Bei ca. 200 MHz der Nachfolger Digital Audio Broadcast DAB. Einige von Ihnen haben das vielleicht schon im Auto. So, daran anschließend auch schon Teile des DV Digital Video Broadcast, terrestrisch, also digitales Fernsehen. Wobei wir hier auf der Sendeseite davon ausgehen können, dass wir hier einige hunderte Watt bis Kilowatt als Sendeleistung zur Verfügung haben. Also, wenn Sie da sehr dicht dran kommen, kriegen Sie auch eine ganze Menge schon davon mit. Das war früher übrigens noch sehr viel mehr. Früher waren die Sender noch sehr viel stärker. Das konnte man sich im Zuge der Digitalisierung etwas sparen und auch vielleicht Zellen kleiner aufbauen und Sender dichter aneinander bringen. So, bei beispielsweise 433 MHz, ich schreibe da ca. zu, weil je nach Dienst das Ganze sich ein bisschen verschiebt, haben wir Autoschlüsse als Funk und auch einige Messgeräte. Also, zum Beispiel herkömmliche, handelsüblich verfügbare Außenthermometer funken ihre Daten an die Basisstation, die im Innenraum vielleicht steht oder so. Das funktioniert auch bei ca. 433 MHz. Das, wo viele von uns den Dienst in Anspruch nehmen und kennen, ist eben, um das Auto aufzuschließen. Also, für Autoschlüssel. Manchmal auch in Kombination mit der Anfrage über 125 KHz für Keyless Go-Systeme oder Keyless Entry-Systeme, wo das Auto zunächst eine sehr kurzstreckige, also eine sehr kurze Übertragungsstrecke nutzt bei 125 KHz. Und wenn der Schlüssel dann diese Anforderung vom Auto erfährt, die eben auf 125 KHz kam, dann antwortet er auf 433 MHz oder auch auf ca. 865 MHz. Da nochmal das Ganze. Okay, so, dann kommen wir jetzt hier mit ca. 900 MHz. Ja, da habe ich schon was ausgelassen. Bei 700 MHz hätten wir auch noch was. Ca. 900 MHz haben wir dann Mobilfunk. Das GSM-D-Netz, um den alten Begriff noch zu verwenden, das um die 900 MHz drumherum liegt. Die Basisstation, um auch das nochmal zu nennen, kann bis zu einige hundert Watt senden. Wenige hundert Watt. Und das Ganze auch noch gebündelt. Die wenigsten Basisstationen werden das heute tun. Ich möchte hier also nicht Angst und Schrecken verbreiten, dass Sie glauben, wenn Sie in der Nähe, in der Stadt irgendwo, so eine Basisstationsantenne sehen, das sind diese Plastikteile, die so vertikal oben an Masten auf den Häusern stehen, dass Sie da jetzt Angst davor haben müssen, dass die wirklich immer 200 Watt da oben aussenden. Die allerwenigsten werden das tun. Vielleicht in ländlichen Gebieten noch, wo man noch große, große Zellen hat, mag es das noch geben, aber in den Städten wird das wesentlich weniger ausgesandte Leistung sein. So, gehen wir nochmal hoch bei ca. dem Doppelten. Ca. 1800 MHz, nochmal das Gleiche. Wenn Sie sich das Handy angucken, die Mobilstation, dann kann die hier im D-Netz bis zu zwei Watt Ausgangsleistung haben. Das hat die dann eventuell, wenn Sie im Fahrstuhl tatsächlich eine Sprachtelefonie machen, das ist also keine besonders gute Idee. Ansonsten normalerweise wenige hundert Milliwatt ausgesandte Leistung. Warum sage ich das? Damit man so ein bisschen einschätzen kann, wie gefährlich in Anführungsstrichen die elektromagnetische Welle, die von so einer Mobilstation ausgeht, vielleicht für einen selber ist, was die ausrichten kann oder eben auch nicht ausrichten kann. So, dann haben wir bei ca. 2100 MHz das 3G UMTS. Da gilt grundsätzlich in etwa das Gleiche wie für das GSM-Netz. Die Leistungen sind etwas weniger noch geworden, vor allen Dingen auch besser geregelt. Bei ca. 2600 MHz haben wir hier das 4G oder Long-Term Evolution, also auch hier weitere Mobilfunknetze. Gut, bei 3638 wird jetzt 5G kommen. Ich schreibe einfach mal Lapida 3,5 GHz, 5G und können das auch noch erweitern. Das ist noch nicht voll am Start, das wird noch kommen. Ein wichtiges Band schiebe ich noch mal dazwischen. Und zwar noch mal das 2,4 GHz Band. Das ist ein sogenanntes Industry Scientific Medicine Band oder kurz ISM Band, in dem man in gewissen Grenzen spezifikationseinhaltend sehr, sehr viel lizenzfrei machen darf. Ich will jetzt nicht sagen, alles machen darf, denn das stimmt nicht. Aber man darf da sehr viel machen. Da haben wir z.B. unser WLAN-Wi-Fi-Netze bei 2,4 GHz. Dann haben wir da das Bluetooth, also das, was jeder, jede von Ihnen massiv nutzt, aber auch den Mikrowellenofen. Und Sie wissen, der kann hier 1 kW machen, der hier hat wenige 10 mW und der hat um die 100 mW Ausgangsleistung. Der ist natürlich abgeschirmt hier, das muss man auch dazu sagen. Das soll ja nicht ausgesendet werden, sondern das soll in der Kiste bleiben. Das ist ein ziemlich wichtiges Band, eben auch für solche privaten Funknetze, die man sich da aufbauen kann, die eben nicht lizenziert werden müssen. Führt natürlich dazu, dass das auch da ziemlich gecrowdet ist, dass also sehr, sehr viel Nutzer da unterwegs sind und dieses Band auch relativ voll und relativ gut belegt ist. So, das geht dann weiter in den ca. 5,7 GHz-Bereich. Auch da haben wir hier das Wi-Fi, die neueren Modelle des Wi-Fi mit mehr Platz, aber etwas schlechterer Übertragungseigenschaft da drin. Auch etwas mehr Bandbreite da, deutlich mehr Bandbreite, die da zur Verfügung steht. Aber natürlich kommen Sie mit zunehmender Frequenz schlechter durch Wände durch, ins Erdreich rein, durch vielleicht auch Stahlbetondecken durch. Das ist ohnehin schwierig, schon bei 2,4 GHz nahezu unmöglich und bei 5,7 GHz dann auch noch mal zusätzlich schwierig. Okay, so, bei ca. 10 GHz, ja eigentlich schreibe ich hier mal 12 hin, wenn das ist das Richtige, haben wir das Satellitenfernsehen aus dem All. Da oben sendet der Satellit gebündelt auf eine gewisse Region der Erde seine Leistung aus. Ich möchte hier mal was hinwerfen, so ein Astra-Satellit hat 85 Watt Ausgangsleistung und durch die Antennenbündelung kommt das auf eine äquivalente Leistung, über die werden wir noch sprechen, von ca. 100 kW. Von der haben Sie natürlich nichts, weil das ist 36.000 Kilometer entfernt von hier. Also das, was hier ankommt, ist eine sehr, sehr geringe Strahlungsdichte, von der man natürlich keine Angst haben muss, auch wenn man vor 100 kW, die oben ausgesendet werden, wenn man direkt davor stünde, was ja nicht geht, dann schon Angst haben müsste. So, die Lücken werden größer. Wir haben bei ca. 24 GHz so erste Abstandswarnradars zum Einparken zum Beispiel oder eben auch Bewegungsmelder. Um keinen falschen Eindruck zu erwecken, diese Abstandswarnradars hier meine nicht etwa das handelsübliche, was sie eingebaut haben. Das sind typischerweise Ultraschall-Sensoren. Es gibt aber die Möglichkeit, vielleicht bei hochpreisigen Autos oder für Spezialdienste eben keine Ultraschalltechnik zu verwenden, sondern eben solche Radartechnik zu verwenden. Wenn wir mal da höher gehen, kommen wir hier bei 60 GHz bei Diensten raus, die wir jetzt hier haben für wiederum WiFi. Und dazwischen noch irgendwo hier in dem gesamten Bereich, vielleicht auch bei 60, haben wir noch 5G, irgendwo zwischen paar und 20 bis hoch zu, naja, man plant 100 GHz, aber ist noch nicht voll spezifiziert. Auch 5G, was die Angst vor 5G noch so ein bisschen schürt, derzeit die aus meiner Sicht völlig unbegründete. Bei 77 GHz haben wir es mit dem Autoabstandswarnradar zu tun. Also das, wenn Sie mal gucken, wenn Sie so ein etwas hochpreisigeres Auto haben, dann sehen Sie vorne am Kühlergrill irgendwie so ein komisches Plastikteil oder so. Da wird dann die Antenne für das Autoabstandswarnrad dabei sein. So, warum ist das so? Man hat hier eine Wellenlänge von ungefähr 4 mm und man möchte ja eine hohe, insbesondere in Querrichtung, eine hohe Auflösung haben mit dem Radar. Und das kriegt man letztlich nur hin, wenn man eine Antenne verwendet, die groß gegenüber der Wellenlänge ist. So, wenn ich das jetzt mit einer geringen Frequenz mache, die ich vielleicht super handeln kann, aber ich habe dann eine Wellenlänge von einem Meter oder sowas, dann brauche ich eine Antenne, die viele, viele, viele Meter breit ist. Genau rechte ich das jetzt hier nicht aus. Die viele Meter breit ist. Und das kann man sich vorstellen, kann man sich nicht vor das Auto bauen. Das würde zwar dazu führen, dass viele gerade zur Seite Abstand von einem halten müssen, aber das ist natürlich völlig impraktikabel. Während ich, wenn ich eine hohe Frequenz verwende, kann ich eine kleine Wellenlänge, kann damit eine kleine bündelnde Antenne bauen und habe damit die Möglichkeit, eine hohe Auflösung zu kriegen. Möglich kleine, bündelnde Antenne. So, bei ca. 90 Gigahertz hat man Teile, dazwischen auch immer wieder von des Wetterradars, dazwischen natürlich immer wieder im Frequenzbereich auch irgendwelche militärischen Flugdienstdienste, bei 10 Gigahertz beispielsweise, Schiffsradarsysteme noch und so weiter, die ich jetzt nicht im Detail alle hier aufführen möchte. Und wenn man jetzt ein bisschen hoch geht, bei einigen 100 Gigahertz, da hat man die sogenannten Nacktscanner und dabei belassen wir es dann auch in dieser Betrachtung. So, alles zusammen sind wir hier, betrachten wir hier den Bereich der nicht-ionisierenden Strahlung. Das heißt also, dass, wenn sie ein solches Photon trifft, es ihre Molekülstruktur, ihre Erbgutinformationen nicht so aus dem Tritt bringen wird, dass die Zelle, die getroffen wurde, sich verändern wird. Sondern die Wirkungen, hier vielleicht auf Organismen, ist thermisch. So, will heißen, wenn Sie jetzt, denken Sie an den Mikrowellenofen, wenn Sie jetzt sich in so einem Feld, so einem Wechselfeld befinden, dann wird das dazu führen, dass die Energie absorbiert wird. Oder wenn sich etwas in so einem Wechselfeld befindet, dann wird das dazu führen, dass die Energie absorbiert wird. Aber die wird nur, in Anführungsstrichen, dazu führen, dass sich die Materie aufheizt. Wenn diese Aufheizung in einem gewissen Rahmen bleibt, also Bruchteile von Grad Celsius oder vielleicht ein Grad Celsius, dann wird das als ungefährlich erachtet. Wenn die Aufwärmung natürlich in viele Grad Celsius geht, also um beispielsweise irgendwas zu kochen, in den Mikrowellenofen, dann ist das selbstverständlich für einen lebenden Organismus gefährlich und kann dazu Probleme führen. Aber eben auch nur dann. So, wann das ist, wie das stattfindet und welche Grenzwerte eingehalten werden müssen, ist definiert. Und die sind eben auch so definiert, dass das nicht passieren kann. So, wir wollen uns jetzt hier gar nicht auf einen Dienst einzeln oder sowas stürzen. An der Stelle, das sollte jetzt noch nur mal ein kurzer Überblick sein, was denn eigentlich so stattfindet. Sondern was wir tatsächlich machen wollen, ist uns die physikalische Natur der elektromagnetischen Welle anschauen. Und das wird jetzt Bestandteil eines der nächsten Videos sein.